Kennst du die neuen Superhelden im Miraculous Ladybug und weißt du aus welchem Land sie kommen? Ladyblue. Ladyblue ist eine neue Superheldin, die im Rio-Special auftreten wird. Sie kommt also aus Brasilien. In ihrem ersten Entwurf hat sie regenbogenfarbene Haare, aber im endgültigen Entwurf hat sie braune, geflochtene Haare und ein weiß-schwarzes Outfit. Die Löwenlady. Sie ist eine neue Figur, die im Animationsmusical Lioness und im Afrika-Special auftreten wird. Sie ist also Afrikanerin. Sie hat weißes, geflochtenes Haar, Goldschmuck und ein weißes Superheldenkostüm. Miss Rose ist eine magische Spionin, die mit ihrer Schwester in London, England lebt. Wir werden sie im London-Special sehen. Miss Rose hat langes braunes Haar, einen rosa Hut und ein rosa Spionagekostüm. Miss Rose hat auch eine Schwester, aber es gibt noch überhaupt keine Informationen über sie.